Also das mit dem Trampen läuft hier nicht so gut, leider. Jetzt haben wir uns überlegt, das ist ja nicht dumm. Wir wollen jetzt einfach selber ein Flugzeug und fliegen damit rüber. So ein Regenschirm ist ja relativ stabil und wenn man da so Kraft dran macht, dann fängt der auch an sich zu drehen und die Kraft, also meinen Berechnungen nach, müsste die Kraft reichen, um uns zwei und die jeweils 30 Kilo schweren Anhänger locker über den Atlantik zu bringen. Locker. Also sehe ich gar keine Probleme. Ich bin mal gespannt, ob das klappt.